This is Gino the Announcer and you are listening to the Barbell Program Podcast with Peter and Alex. The bar is loaded. Herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge und neuen Ausgabe von der Barbell Program Podcast mit Alex Bürzler und Peter Hofstetter. Alex, wir wollten die Folge einleiten und gehen glaube ich gleich direkt wieder auf Deutsch, jetzt nicht auf Englisch. War jetzt kurzzeitig sehr schwierig für mich, auf Deutsch zu reden, weil wir in Englisch eben solche Koryphäen sind. Extrem gut angekommen sind. Ja, sehr gut angekommen sind und ich schon gedacht habe, dass du vom Ray Williams eine Nachricht gekriegt hast, dass einem der Beitrag gefällt, aber es war was anderes dann doch. War ein anderer Beitrag. Wir sind so jetzt. Also, mein Instagram-Game ist mittlerweile extrem stark. Chesu Epper, Ray Williams, Kelly Brenton, Brenton Lilly, Brenton L. Brenton L, da habe ich mit dem auch noch nicht geschrieben. Der steht ein bisschen vor Ruf jetzt. Hate for the Week. Ja, was sind denn heute unsere Themen, Peter? Ich glaube, wir haben uns vorgenommen, oder ich weiß, wir haben uns vorgenommen, wir wollen über die vergangenen Landesmeisterschaften sprechen. Das heißt einerseits oberösterreichische Landesmeisterschaft, niederösterreichische Landesmeisterschaft, wo wir auch vor Ort waren und Wiener Landesmeisterschaft, wo zumindest ich vor Ort war. Richtig. An beiden Tagen. Oberösterreich können wir leider nur über Hören, Sagen, Sprechen, beziehungsweise die Videos, die meine Athleten mir braverweise geschickt haben. Genau. Und die werde ich durchs Internet kursieren. Ja. Ja, dann fangen wir mit der zeitlich Ersten an. Niederösterreich. Das ist Niederösterreich gewesen. Die war vor ein bisschen mehr als zwei Wochen im Borgwieder Neustadt. Da war ich Veranstalter und habe unglaublich gute Hilfe von meinen Schülern bekommen, bei denen ich mich einmal bedanken will, dass wir das so geholfen haben. Und ich möchte mich generell einmal bei allen bedanken, die uns geholfen haben. Anfang vom Landesverband, über den Vince, der Spotter war, über alle meine Schüler, die gespottet und geholfen haben. Beim Peter und bei den anderen Kampfrichtern, die dabei waren. Bei Intelligent Strength sowieso, die das Ganze mit Dockerplatten gesponsert haben. Aber der Wettkampf war großartig. Wir haben 30 Starter gehabt, ungefähr. Und die Leistungen waren für eine Landesmeisterschaft, wir haben auf das Ende gekommen, bei allen Landesmeisterschaften irre. Irre. So etwas ist man nicht gewohnt. Vor allem, es starten Spitzenleute, die in einigen Wochen bei der WM starten, trotzdem bei der Landesmeisterschaft, weil sie die einfach pushen wollen. Also es ist ein Anliegen, bei Landesmeisterschaften zu starten. Und in Niederösterreich haben wir, sagen wir so, atmosphäretechnisch einen interessanten Zugang gewählt. Ja. Nämlich Vollgas. Stimmung quasi einmal. Vollgas. Also Stimmung. Wir haben 300 Zuschauer gehabt. Das war brutal. Ich habe nämlich, weil ich war Hauptkampfrichter und wie der Wettkampf angefangen hat, hinter mir halt ein paar Zuschauer, halt Athleten und Freunde. Und dann irgendwann sagst du, glaube ich, so nach einer Stunde oder so, pädate ich um einmal. Komplett voll, der Turnsaal. Turnsaal war komplett gesteckt voll. Also sowas habe ich eigentlich noch nicht gesehen. Wir haben die Veranstaltung, weil wir gedacht haben, das werden nicht so viele Leute, das sind nicht angemeldet, worauf in die Polizei erschienen ist. Zum richtigen Zeitpunkt, nämlich wie der Wallner Matthias gerade rausgegangen ist und der hat gesagt, nein, da ist eigentlich eh nur eine kleine Veranstaltung und die Musik war gerade abgedreht, weil wir zwei Minuten Pause gehabt haben dazwischen. Und die Polizisten sind dann wieder gefahren und wie sie gefahren sind, ist es weitergegangen. Also in dem Fall danke an die Polizei, dass ihr viel zum Turn habt, damit ihr nicht lange immer bleiben könnt. Das war super. Und ja, jeder Athlet durfte sich auch das Lied und die Songs aussuchen für jeden Versuch. Das ist schon was Geiles, muss ich sagen. Die Lückenfüller, für die, die sie nichts ausgesucht haben, waren Wrestling-Intros? Die Lückenfüller waren Wrestling-Intros, ja. Und die überhaupt Lückenfüller waren, die zwischen den Versuchen war ein Schüler von mir, der auf der steirischen Harmonika... War kein Lückenfüller, war ein Highlight für mich. Absolut, ja. Das war negativ gemeint, aber danke für deinen Einsatz. Jaden, hast du Jaden? Jaden. Inoffiziell, ja, genau, Holzer Sebastian. Und es war großartig, dass du mit der Quetschen gespielt hast. Die Leistungen, also wie soll man sagen, die Videos, die da im Internet sind, sind irre. Also es ist wie, ich habe gestern schon mit Andi darüber gesprochen, im Podcast, es ist wie bei den Schottenkriegen. Also das sind Wellen von Schreien und Sturm, die die Athleten nach vorne beitschauen. Das müsst ihr euch so vorstellen. Der Athlet steht bereit, die Hand ist beladen und es heißt nur laut, vor unserem Sprecher, der übrigens genial war, vom Manager, der Bar ist loaded und auf das Signal, der Bar ist loaded, fangt, und das ist natürlich IPF-konform, fangt der Betreuer an, dem Athleten zu birnen. Und zwar massiv, ja, mit Knackquatschen ausholen. Du hast nichts gesehen. Ist IPF-konform, es darf nur das Publikum nicht, also die Kamera nicht sehen quasi. Nein, nein, die Kamera nicht sehen, der kann der Kamera gehen. Der Betreuer ist mit den Athleten zur Plattform vor, also nicht ganz zur Plattform, wo es weitergegangen ist, und hat mit der letzten starken Knackquatschen zur Plattform gestoßen, wo ihm der Winz, der Hauptspotter war, mit einer weiteren Knackquatschen übernommen hat. Der hat versucht, ihm einen kurzen Weg, ihm noch zwei mitzugeben. Und dann am Schluss war der Endgegner da, und das war der Luis vom Borgluck, der mit Schreien erwartet hat, Angel of Death, Angel of Death, und dann ihm nochmal eigentlich zur Handel geprügelt hat. Dort hat dann der Athlet eigentlich seine PAs absolviert, weil so kann man es sehen, hat die Handel zurückgelegt und ist dann ausgegangen wieder. Und das Ganze hat ihm dann natürlich noch acht Mal erwartet, wenn wir acht Mal antreten sind. Und dementsprechend waren die Leistungen, also die Videos, die müsst ihr euch im Internet anschauen, der Andi hat das eh auf seinem Instagram-Account völlig krank, was da abgegangen ist. Die Leistungen waren dementsprechend gut. Gut, dementsprechend gut. Richtig, dementsprechend wahnsinnig gut. Auch das Feedback war enorm geil. Also wir haben da wirklich nur positives Feedback gekriegt. Es war vielleicht von ein oder zwei Leuten, die haben mir gemeint, ja, sie haben es dann schon gerne leise, ist kein Problem, spielt Snooker. Beziehungsweise gibt es alle anderen Landesmeisterschaften dafür. Ja, außer Oberösterreich ist das recht schön. Ja, stimmt. Beim Dienst, aber das ist wie wenn ich beim Fußball sagen würde, ja, eigentlich hätte ich es gerne leise im Stadion, da müssen Sie schon ruhig sein, wenn ein Elfmeter schießt. Bitte erinnere mich bei der Wiener nochmal. Nein, ich muss es gleich sagen. Sag es dir. Im Zweiten, eigentlich Philipp, ja, einer meiner Athleten und auch eher durchwegs jemand, der gerne Stimmung hat. Ja. Kommt vom Fußball, ne? Ich wollte gerade sagen, ein seiner größten Hobbys ist ein Fußballfan zu sein. Und ich habe gesagt, wie er Wien gesehen hat, was ist da? Bei mir zieht man bengalische Feuer an und da haben wir Fackeln ein. Nein, nein. Das hat ja bei uns auch gefällt. Wir wollten eigentlich, das hat aber die Brandschutzordnung nicht erlaubt, brennende Klopapierruhen von der Seite reinwirft. Das sind nicht oben auf der Seite bei den Sprossenleuten, da sind Leute gesetzt. Die Leute, sie haben die Sprossen in der Bevölkerung, Sprossen in der Bevölkerung, die waren viel. War Mad Max-Style. Ja, das war wirklich Mad Max-Style, ja. Wirklich ein Wahnsinn. Die Leistungen dementsprechend geil. Also ich will ein paar herausheben. Wir fangen einmal mit Michael Musil an, der aus Gas gestartet hat und sein Lebensziel von 700 Kilo im Total erreicht hat. Wir waren glücklich. Wo er jetzt drauf gekommen ist, dass das nur ein weiterer Schritt war zu dem, was er eigentlich will. Was für ein Koffer. Mehr. Aber Michael, wir gratulieren dir. Das war wirklich großartig. Das einmal herauszuheben. Ach gültige. Ach gültige, bis zum letzten Kreuz. Das war super, ja. Das nächste, was herauszuheben ist, ist auf jeden Fall der Herr Jost, der, ich glaube es, 6,87er Halb gemacht hat in der 93er. Ich bin mir sicher. Okay. 6,87er, weil der Mette hat um 2,5 Kilo mehr gemacht. 6,90. 6,90. Das ist das nächste, was herauszuheben ist. Und ich beim Kreuzheim enorm fühle, im Tank. Alles. Also Bankdrücken vielleicht jetzt nicht so. Da hat er jetzt 170 gemacht am Wochenende. Aber Kniebeigen war noch Luft. Ja, also bei Bankdrücken muss man sagen, er kommt von einer Verletzung zurück. Da muss er erst die Sicherheit wieder kriegen. Aber bei Mette ist noch so viel drinnen. Ach so, bei Mette. Ja. Mette hat überall Luft, aber ich glaube, der Jost hat mehr Luft sogar noch als der Mette. Ah, Jost ist irre. Einer der Athleten, die technisch am schönsten und saubersten arbeiten, meiner Meinung nach, in ganz Österreich. Europaweit, weltweit wahrscheinlich. Das stimmt. Jede Wiederholung gleich, jedes Mal das gleiche Setup, perfekt. Stimmt, das schaut bei den Guten, wie immer es, das schaut bei Mette auch so aus. Also die Mette ist gleich, komplett gleich. Alles gleich, sehr gut gearbeitet, muss man sagen. Beide, also die 93er in Österreich. Irrestark. Unglaublich. Also die drei Leistungen. Michi, die richtige Klasse. Brutal stark alle, aber... Nein, wirklich super. Nein, wirklich super. Wer 99er war und bei diesem, bei diesem, bei dieser Dichte an Leuten nur Vierter geworden ist, ist mein Bruder mit einer Leistung von, glaube ich, 660. Wobei, offiziell ist er, glaube ich, Zweiter Mann bei der Landesmann. Nein, nein, ich war auch mit einer Klasse. Nein, nein, ich war auch mit einer Klasse. Dazu muss ich Folgendes sagen, das war, und das führt uns zum nächsten, zu der Frage, die wir nachher beantworten werden, ob es sowas wie Oberpsychien gibt. Der Ande hat bewiesen, das gibt es. Ja, das ist sehr viel. Ande hat im Training vorher nie mehr gemacht, aber sicher das Potenzial für 680 gehabt. Ja. Ja, muss man sagen. Er hätte auch mit dem letzten Kreuzheber, den er durchzogen hat, aber dann ist er umgefallen. Vor Schwindel. Das war interessant. Ich lache wegen durchzogen. Er war Omen. Ja. Also das meine ich mit durchzogen. Ja, ja, das stimmt. Hätte er, glaube ich, auch 670er-Total gehabt oder so irgendwas, was eh an dem schon knapp getrunken war. Also das war eh in dem Rahmen. Das ist ein Wahnsinn für die ersten Wettkampfzeit, was weiß ich, wie viele Jahre. Zehn Jahre. Ja, oder mehr als zehn Jahre. Super. Mit eigentlich einer kurzen Vorbereitungsteil, weil so lange war es dann doch nicht, ne? Nein, es war, glaube ich, drei-Kampf-spezifisch. Es war fünf Monate, ja. Wer hat denn der Vierer, wer war denn der Orgen der Vierer-Siebziger? Jan Simo. Jan Simo. Einer meiner Lieblings-Athlet, ich habe nicht, ich habe 60 Lieblings-Athlet. Zweiter bei der Landwirtschaftsmeisterschaft geworden, glaube ich, dann. Zweiter? Ach so, ja, Gesamtheitung. Zweiter geworden, erster seiner Gruppe. Weil er nur in den Start versuchte. Richtig, ja. Jan Simo war Wahnsinn. Wirklich geil. Die schweren Gewichtsklassen, es tut mir leid, wenn wir beide irgendwann vergessen, werden wir uns gleich entschuldigen, weil alle können wir nicht erinnern. Aber Jan Gebelsmeier hat Licht zum Rausheben, der im dritten, 327er-Halb gekommen hat, um seinen härtesten Konterhänden, nämlich Ludwig de Bull Bachner, um 2,5 Kilo zu schlagen, der wiederum im Kniebeugen 292,5 Kilo als 21-Jähriger gebeugt hat. Man muss sagen, man kann da sagen, sowas habe ich noch nie gesehen. Nein, sowas habe ich noch nie gesehen. Und ich habe in meinem Leben, glaube ich, in den letzten drei Jahren 800 Millionen, 1000 Kniebeugenversuche gesehen, aber sowas habe ich noch nie gesehen. Das war großartig. Also wir haben ein Rieder aus Angst vom Zedhofer draufgeprügelt worden auf die Bühne. Der muss beigen, weiß ich nicht, was da passiert, wenn der jetzt nicht beigt. Im Aufwärmbereich habe ich schon irgendwie gehört, ja, weiß ich nicht, ob er das und das macht, du wirst das machen. Bei dem Watschen, was du zum Zedhofer sonst kriegst, wirst du nicht haben. Also das war großartig. Aber ein super eingespieltes Team. Wahnsinn, super geil. Die haben sich super gematcht. Der Jan hat dann schlussendlich den Wettkampf beendet mit, glaube ich, 767. Sowas in der Reihe. Oder 767, weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube 767, 767. Genau, so irgendwas. Und das alles bei der Junioren. Bei der Junioren. Der Jan mit im Kniebeing viel Luft, in Kreuzheim Luft. Kniebeing hat er, bin ich mir sicher, dass er da, also der war 2,57 war der Letzte. Ja, der Jan ist zu stark für seine Technik. Ja, ja, übrigens. Das ist es, also von der Kraft her. Das ist aber alles nur, was es gibt. Ludwig ist das Gleiche. Ludwig ist zu stark für das, was er aktuell noch an Struktur hat. Das ist irre. Das ist komplett krank. Dass ein Mensch verschoben, schief unten sich wieder aufrichtet, was da an Kraft notwendig ist, kann ich mir gar nicht vorstellen. Also die Meisterschaft war einmalig. War eine sehr, sehr starke Leistung. Alle, auch die leichten Gewichtskassen, Mädels auch super stark, Nina wieder stark. Obwohl es Matura hat und wirklich viel zum Hackeln hat in letzter Zeit. Coach war Viktoria. Wieder ein Comeback. Comeback-Wettkampf eigentlich, in der für sie eigentlich richtigen Gewichtsklas, wenn wir sehr ehrlich sind. In mit dieser Freundin, die Rosi. Rosi. Schöne, jetzt Fahrrad hat es geholt gedruckt. Ja, Rosi war ein bisschen, Rosi war ein unglaublich starker Wettkampf. Das hat mir fast beim Bankdrücken ein bisschen leid getan, weil die braucht so lange zum Setup, dass die Seitenkampfricht haben ewig lang die Hand oben gehabt und das waren mir schon fünf, sechs, sieben Sekunden und ich habe kein Startsignal von denen gekriegt und einmal dachte, der Hintern ist nach oben, habe ich ein Rerate gegeben und dann war es halt einfach zu schwer. Aber die Rosi, muss man dazu sagen, ist jemand, der die Technik aufs Äußerste ausreizt. Unglaublich, kann mich nichts mehr ändern. Und da ist halt der Spielraum für Fehler genauso geworden. Ja, genau. Extrem stark. Die wahrscheinlich ihren Squad outbencht bald. Aber eine unglaublich gute Kreuzheberin ist. Gute Kreuzheberin. Ich war noch bei dem Wettkampf noch, ich war noch immer gehypt beim Wegkrammern und wie ich nach Hause gefahren bin, weil mit der Staatsmeisterschaft im Gym und mit der Mühlviertler Kreuzheberin Meisterschaft war das für mich, und ich war bei der Arnold's und die Leistung, das hat das übertroffen, das muss ich sagen, also das war wirklich großartig. Also ich habe es gestern schon gesagt, wir sagen es nochmal, wir freuen uns unheimlich auf die nächste Mühlviertler Kreuzheberin Meisterschaft, weil ich weiß ganz genau, ihr werdet es auflegen. Und auf das freue ich mich sehr. Es ist ganz gut, wenn es einen so einen Wettkampf gibt im Jahr, wo Regeln nicht zählen. Ja, gut. Konventionen. Nicht Wettkampfregeln, sondern gesellschaftliche Regeln. Die haben wir das mal eh schon hinten angestellt. Ja, aber... Aber da ist gestellt, da braucht man wirklich... Aber wenn ich mich nur an die letzte Mühlviertler erinnere, sind auch da einige... Sachen basierte... Ja, 175 Kreuzheben zum Beispiel, wo wir glaubt haben, es ist für uns beiden. Ja, aber nicht wegen dem Kreuzheben, sondern wegen der Freude nachher, das können wir jetzt nicht erklären. Aber gehen wir weiter zur nächsten Meisterschaft. Sehr gern. Das war die... Gehen wir zur oberösterreichischen? Ja, gern. Ist chronologisch, passt ja. Oder gehen wir zu Wiener, weil da warst du dort und du erklärst über die Wiener mal kurz. Wiener? Ja, Wiener war auf zwei Tage aufgeteilt, Samstag und Sonntag. Samstag habe ich das Ganze mitbekommen als Kampfrichter. Samstag waren alle Damenklassen, 74er Herren und witzigerweise die schweren Burschen, also 120er, weil 120 plus hat es keinen gegeben. Soweit ich weiß, kann es keinen gegeben. Ist traurig. Traurig, aber es ist generell ein österreichisches Problem. Zweiter Tag waren alle anderen Herrengewichtsklassen dann, mit einer Monstergewichtsklasse in der 93er mit 16 oder 17 Athleten in einer Gruppe, was durchschnittlich regelkonform ist. Aber unglaublich starke Leistungen bei den Damen, allen voran, weil es der Athletin ist, die Nathalie einen super starken Wettkampf gehabt. Sehr gut, sie hat auf das Spiel wirklich stolz. Das komplette Team, eigentlich kann man sagen, das komplette Team von Team Superkraft, unglaublich starke Leistungen und unglaublich tolle Wettkämpfe. Auch die Herrenmannschaft gewonnen. Auch die Herrenmannschaft dann gewonnen, ja. Die Bianca hat die Landesmeisterschaft sogar gewonnen. Bianca hat die Landesmeisterschaft gewonnen. Möchte ich kurz, entschuldigen, dass ich das nicht unterbreche, dann möchte ich kurz nachhören. Der Walner Matthias ist in Niederösterreich Landesmeister geworden und die Keimler Elisabeth Landesmeisterin, um das zu sagen, weil das ist immer wichtig. Die Lise. Team hat Borgklub alles gewonnen, damit wir das auch erwähnen, in Wien, weil der Peter es gerade angesprochen hat, Bianca ist Landesmeisterin geworden, mit einer super Leistung, Traumleistung. Und bei den Herren kurz vorgegriffen, der Oberscholz Patrick. Und Team haben die Herren Superkraft gewonnen und die Damen Intelligent Strengths. Entschuldigen, Peter, ich wollte es unterbrechen. Was mich hier zur nächsten Dame bringt eigentlich, die Bianca, auch unglaublich stark. Auch die Leichte, extrem viele, was mich am meisten gefällt hat, extrem viele, die den ersten Wettkampf hatten. Also das heißt, gerade in Wien auch oder in Ostösterreich wächst der Sport extrem stark und extrem super. Ich habe auch am ersten Tag zwei Herren am Start gehabt, wovon der eine Athlet, der Markus Achtgültiger, beim ersten Wettkampf gehabt, nur einen dritten Bankdrücker, wie die jungen Leute heutzutage sagen, ein bisschen missgrooved. Die Kraft war dauernd. Nicht troffen. Nicht troffen. Und der Johannes Schober ist bester Burgenländer geworden an dem Tag. Weil die Burgenländer und die Wiener sind ja gemeinsam. Ah, nicht der Ritz Moser. Bitte? Das glaube ich nicht, weil, das glaube ich sogar fast nicht. Der hat die Junioren sicher geworden. Das ist sicher, ja. Weil der Johannes hat in der Vierersebziger gemacht. Ah, der steht in der Vierersebziger, ja. Vierersebziger, 200 Beuge, dann glaube ich nur 125 Bank oder so, aber über 200 kommen und da wird es dann schon eng. Ja, ja. Mit der 93er. Ja. Aber es ist egal, weil die haben nur eigene WIX-Punkte-Wertung oder IPF-Punkte-Wertung dann noch. Weil es gibt ja noch keinen burgenländischen Landesverband. Es ändert sich ja bald. Ja, mit Sicherheit, weil jetzt gibt es drei, vier Vereine, viele junge, also viele junge Burgenländer auch. Und dann am Sonntag dann halt nur Herren, 83er, 93er, also der Markus war am Sonntag, der war nicht am Samstag. Der Heinz-Niklas, den habe ich in der 74er noch gehabt. Auch erster Wettkampf, neun von neun gültigen. Unglaublich arg, eigentlich unglaublich abgebrüht. Der kommt aus dem Profisport schon, aus dem Tennissport. Erster Wettkampf, den hat mir der Lackner-Patrick mitbetreut. Ja. Neun gültige. Super cool, super fokussiert, nicht nervös. Du merkst halt, wenn jemand aus einem Wettkampf-Sport kommt. Das ist das Geilste. Das ist total arg. Genau, dann eben 83er, 93er, 105er Herren am Sonntag mit, wie du schon vorweggenommen hast, einer unglaublichen Leistung von Moser Vincent. 19 Jahre aus dem Burgenland, aus Eisenstadt. 2.30, 155, knapp nicht, glaube ich. Ja, genau. Das recht man gar. Und 2.70 Kreuzheben. Ja, aber er war nämlich arg. Ich glaube, er hat nämlich von 145 auf 155 gesteigert. Wir sind ziemlich leichter von 145 gewesen. Nein, waren es nämlich nicht. Du hast gesagt, ziemlich arg, eine harte Sau. Genau. Und ich habe mir schon gedacht, naja, 150. Ich habe nämlich schon gerechnet, weil er hat sich gematcht mit dem Daniel Ipore, also mit dem Captain, und jemand hat gedacht, naja, wenn er bei, weil nach dem Beugen waren wir ziemlich gleich auf, und ich habe mir gedacht, naja, wenn er bei 150 wird es schon komplett eng dann, da habe ich nicht gewusst, dass der ihre so viel hebt dann noch. Ja. Bei 150 wird es schon eng, aber wäre ganz okay. Die würde er drücken, und dann geht er auf 155. Und man dachte, okay, ja, wenigstens da bin ich noch ein bisschen auf der sicheren Seite. Aber dann hebt der Hund halt 2,70er. 19, 2,70er. Also ich habe das Bock in den. Er erinnert mich ein bisschen an einen, den werden die wenigsten kennen, vor 10 Jahren, Reich Martin, der 16 Jahre 2,70er gekommen hat, mit 16. Habe ich ihn heute gesehen. Der Ärgste. Heute nehme ich nur 6 Wochen Vorbereitung aus. Ja, dann haut er sich zu Hause. Also Martin ist ein Wahnsinn. Ja, das war, also wie gesagt, für alle, die ich vergessen habe, ich habe einen Haufen Athleten, ich habe insgesamt, glaube ich, 9 oder 10 Athleten an dem Wochenende, Athleten und Athletinnen gehabt an dem Wochenende. Wobei es stimmt nicht, ich habe keine Athleten, glaube ich, gehabt. Nein, keine Athletin gehabt. Okay. In Wien sind alle nicht antreten von mir. Aber ein Haufen Athleten, viele Erstwettkämpfe und viele gültige Versuche und alle eigentlich sehr, sehr positiv, sehr, sehr positives Feedback vom Wettkampf selber, von alles andere rundherum, war anders als in Niederösterreich, sagen wir es einmal so. War anders, ja. Ja, war anders. Sagen wir wertfrei anders. Tue mir schwer damit, aber ich glaube, wir bleiben es, ja. Ein bisschen muss ich noch politisch korrekt bleiben, das Ganze ändert sich dann irgendwann einmal. Nicht irgendwann. Counting Days. Aber freut euch drauf. Nächster Wettkampf. Nächster Wettkampf, vor einem Winz zum nächsten, nämlich die oberösterreichische Staatsmeisterschaft, die auch vor der Leistung ist. Peter, ich habe seit 2009, seit RAW in Österreich der Fall ist, oder das es gibt, da haben damals, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube 17 oder 19, maximal 19 Leute mitgemacht in allen Gewichtsklassen. Männer und Frauen. Nein, so kann ich Frauen geben. Man muss sich jetzt Folgendes vorstellen, und es geht jetzt nicht darum, dass ich sage, wie geil ich nicht bin, aber ich war bis 2015, glaube ich, der Einzige, der über 300 Kilo gekommen hat, offiziell. Und ab 2015 bis 2017, glaube ich, auf jeden Fall der Einzige über 320. Ja, weil dann hat es so einen Roller gegeben, ne? Richtig, genau. Da hat in Prag der 3.10 gekommen, ja. Da habe ich dann 330 gehabt oder 3.40, aber auf jeden Fall, jetzt muss man sich vorstellen, bei jeder Landesmeisterschaft werden diese Werte niederbügelt. Nicht nur an Athleten, ja. Von 300 ist eine Leistung, wo sie denken, okay, ich muss halt ein bisschen trainieren dafür. Das ist ein Wahnsinn. Und das führt zu den Leistungen dort, die waren beide nicht vor Ort. Fangen wir mit den Damen an. Ja, vielleicht haben sie die Damen bald, ne? Gab Barbara mit 54 Kilo Körpergewicht, nicht, dass man glaubt, die hat 57 gehabt, die Dame, mit 54 Kilo Körpergewicht, 190 Kilogramm gehoben, 120 Knie gebeugt. Was mich fast mehr freut. Ich habe nicht vergessen. Ja. Ein Total von 3.75. 3.75, ich glaube irgendwas, 3.75 habe ich jetzt gemeldet. Ich bin mir fast sicher. 3.75 bin ich mir sicher, das ist ein Total. Sie hat 65 waren getrocknet, oder 2.00, eher so genau. Sieben Kilo unter dem aktuellen Weltrekord, was ich weiß, oder sechse. Sechs Kilo unter dem aktuellen Weltrekord in der 52-Kilo-Klasse im Kreuzheben. Ich habe es gestern schon gesagt, keiner von uns macht einen Druck. Wir wissen, was du heben kannst, was dann bei der WM rauskommt, so und so, wie es uns freuen. Das ist ganz egal, was es ist. Das ist einfach nur eine Wahnsinnsleistung. Also es ist unfassbar. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, den man auch einwenden muss, weil wir jetzt auch viele haben, die extrem stark sind und viele auch mit internationalen, nämlich mit einer relativ kurzen Karriere im Kreuzheikampf mit internationalen Medaillen liebäugeln oder mit dem Gedankenspielen. Es ist dort noch einmal ganz was anderes. Ja, man darf nicht vergessen, wenn ich mir in Jahren anschaue, der hätte Junioren 2015 wegbaniert. Nach der Reihe. Jetzt bist du dann das Zehntag genannt. Das internationale Starterfeld wird natürlich auch immer besser. Also wirklich, Barbara, Hut ab. Wahnsinnsleistung. Das nächste, was ich noch zu sagen habe, war Wintz. Ah, Ecker Paul. Kommt mal nicht rein, Hintzger. Ecker Paul hat ganz knapp 260,5 nicht gebeugt. Das sind wir jetzt nicht ganz knapp. Nein, das war ja. Ja, stimmt. Das war ja ganz knapp. Er war über Badalett. Das habe ich mir nicht mehr vorgekriegt. Das war das Ärgste. Also 260,5, ein Juniorenathlet. Der Mensch ist 21, was ich weiß. Und beugt 260. Und jetzt kommt es, hebt 300. Der erste 300er in der 93er in Österreich. Genau, der erste über 2,91. Man muss fairerweise sagen, der Hofer René hat mit 93,2 Kilo auch 300 schon gekommen bei der Landesmeisterschaft in der Steiermark vor einem Jahr. Wir wissen, René, das hättest du in der 93er genauso gemacht, als die Offi getrunken, in die 105er. Das stimmt. Mehr soll ich es nur einfach nur offiziell sagen, okay? Und das war Ecker Pauler Wahnsinn. Es ist zumindest das erste Mal, dass inoffiziell in Eigel Philipp sein Rekord gebrochen worden ist. Genau, richtig. Eigel Philipp habe ich vergessen in Wien, der hat wieder die 2,30 gebeugt und hat sich leider ein bisschen was eingezweckt, aber wichtig, dass die 2,30 gegangen sind. Im Sport vor der Plattform, oder wo? An dem Rücken. Ich glaube, im Rücken. Okay, gut. Vielleicht war der Grund ein anderer. Also das erste Mal offiziell in der 93er in Österreich, in 300. Und der, also, Paul, Wahnsinn. Wie gesagt, wir waren leider nicht dort. Leider hätten wir alle gern gesehen, ja. Aber es war ja, ich habe ihm die Versuche geschickt, die er machen soll. Und beim Kniebeugen hätte er gehen sollen auf 2,55,5. Und zwar nicht, weil es Rekord ist, weil er hat den Rekord, den Österreich-Rekord mit 2,52. Weil er in Januar... Aber der Jan-Dorek hat 2,55 gemacht. Ah, 2,55. 2,55 gemacht. Und ich habe ihm gesagt, er soll 2,55,5 machen. Warum hat er 2,60,5 gemacht? Was? Warum hat er 2,60,5 gemacht? Das verstehe ich nicht, das weiß ich nicht. Oh ja, ich kann dir sagen, warum. Der Winters hat es ihm gesagt. Nein, vielleicht. Und er hat gemeint, nein, ist das nicht ein bisschen gar provokativ dann, nur ein 1,5 Kilo drin? Nein, nein, nimm dir gleich 5,5 Kilo mehr. Das ist weniger provokativ, das ist von Höhnen. Jeder weiß das. Nein, Wahnsinn, ja. Ich kann dir sagen, warum. Weil ich habe ihm dann beim Kreuzheim ein Spielraum gegeben von 2,91, was eben Österreich-Rekord wäre, bis 300. Und wenn er 300 oder ein bisschen über 300 hebt, dann ein bisschen über 140 bencht und 2,60,5 macht, hat er 7,2,5. Weil 7,2 wäre er im ersten Flight bei der WM. Aber was du gesagt hast, ist ja Wahnsinn, wie diese Leute denken und wie fair das sind. Die denken dann, ob das nicht irgendwie gegenüber einem anderen. Jetzt musst du mal vorstellen. Nicht, dass sich der denkt, die wir haben verorschen. Nein, bleibt genau so, bitte. Ja, definitiv. Führt uns weiter zu der... In die 105er oder 120? Eigentlich in die 120, aber mit 105,5... Sagen wir die 107-Klasse. Ja, sagen wir die 106er-Klasse. Da hat der Winz die Triple Seven geknackt. 777,5 Kilogramm im Dreikampf mit 277 Kilo Beugen, was ganz arg ist. 1,5 Kilo Beugen natürlich. Urschön. Was hat er gesagt, 170? 170, ja. Und 330 gehoben. Und jetzt kommt's. Vincent Helmreich hat sich beim Anheben der 330 Kilogramm, das wissen die wenigsten. Beim Anheben. Also wo ist die Handel, wenn die Babel broke the floor. Ja. Ja, also wo die Handel gerade ein bisschen weggangen ist, gedacht, da waren noch 5 Kilo mehr gegangen. 5 Kilo mehr hätte ich mir noch aufladen können. Und dann hat das Durchhalt gekommen, weil es eh schon wurscht war. Ja, normal geht er nicht. Auf der Plattform, dann versuche ich ihn, dann geht nicht. Ja, das ist vor allem nicht während Versuch. Er hätte können, also auch noch 5 Kilo mehr, gell. Und Vince, auch dir, dass die anderen Leute bei der WM, wenn sie deine Leistungen sehen, fangen an, sich Gedanken zu machen, bis die irgendwie in Schach halten können. Sie wissen auch nicht, dass es nicht funktioniert. Vor allem wissen die nicht, dass es wurscht ist, aber ich habe es dem Vince auch schon gesagt, ganz egal, was ich im Drittversuch brauche, beim Heben schreibe ich die auf. Ja, wie geht... Weil man hat beim Vince noch nie gesehen, dass etwas am Wettkampftag, beim dritten so, nicht geht dann. Weil er schreibt dann jedes Mal eine Zahl auf, was du sagst, na gut, der ist irre, es geht nie, ne? Gibt die Granzelhaut. Staats war das beste Beispiel, ne? Der Sprung, allein. Also das ist einfach nur, das ist einfach nur Wahnsinn, ja. Und fühlt mich... Eine Gewichtskasse nach oben. Nach oben? Da nehme ich, wo eigentlich in die 121er-Klasse? Na, machen wir die 120 plus, weil da möchte ich stolz darauf sein, dass ich aktuell den schwersten Athleten Österreichs habe, der Hopfi. Der Hopfi, ja. Der Hopfi hat im Vorbeigehen einmal eigentlich nur das Quali-Limit gemacht für die Starts, weil sich der das letzte Jahr am Rücken weht. Schwerste Athlete Österreichs, ja, ist dabei. 181. Die E-t läuft. Er geht nach oben, Mann. Die hat in der Umdraht. Ist es eh besser, Hopfi. Die 120er-Klasse ist... Es war eigentlich die 100 plus, weil der Michi ist mit 120,5 angetreten. Einfach, dass sie nicht in den Quer kommen. Das finde ich super. Das ist einfach nur Leihwand, ja. Und der Michi Leitner hat in der 120er-Klasse, ich sage es, wie sie ist, weil es war die 120er, ja, 292,5 Knie gebeugt, hat 192 Halbbahn gedruckt und, und jetzt ist das Ärgste, jetzt werden sich die meisten denken, kann er nicht mehr heben, 325 gehoben, hat ihm nebenbei seinen österreichischen Rekord eingestellt mit 18 damit und jetzt kommt's, er ist im dritten Hebe auf 3,50 gegangen und der Mette hat mir gesagt, das war alles andere als unmöglich. Der Mette war dort und er hat gesagt, er ist ein bisschen vorn weggegangen. Er hat einfach vergessen, dass er den Latte anspannt, ja. Nein, wirklich, Michi, du hast einfach nur vergessen, dass er den Latte anspannt, wenn du den Latte aktivierst, vor allem deinen Latte, ja, dann ruht er sich das Gewicht auf, wie der Mensch geht auf 3,50. Ich habe mit Michi nachher ein bisschen geschrieben und er hat gesagt, nein, es war gut, dass er sich einmal in diese Gewässer vortastet. Ich habe mir angeschrieben, es ist wichtig, dass du das einmal auf der Hand gehabt hast, weil bei der WM wirst du das dann heben nämlich und da weißt du einmal circa, wie sie sich anfühlt. Ja, es ist wichtig. Und auch bei dir, Michi, werden sich die Leute in der 120er Gedanken machen müssen, wie es die in Schach holen. Das stimmt, wobei die Klasse halt auch ein Wahnsinn ist. Die Klasse ist ein Wahnsinn. Nur unser sehr, sehr netter deutscher Kollege, der, ich muss den Namen richtig sagen, Hedrich, Paul, ist immer so im Bereich 3,50, 3,55 im Heben und immer so 8,35 im Totler. Und immer wackelig, ob die 3,50 gültig sind. Ich hätte bei der EM nicht gedacht, dass er, nein, erstens das und dass der Michi das Potenzial hat, mit dem mitzumatchen jetzt. Auf jeden Fall. Aber, ja, oh ja, das stimmt. Der kann mitmatchen. Ja, auf jeden Fall. Und auch da wieder kein Druck, egal was du magst, Michi, es passt super. Du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast gesagt, der Michi ist so, der Michi ist gerade so dieser Cut von oberer Hälfte, darunter geht es dann deutlich unter, oder unter 800 auf jeden Fall und deutlich unter 800 und er ist gerade so 8,10, 8,12, 8,15 bis 8,30 und drüber ist einfach dann unglaublich. Genau, ob 8,40 geht es ab. Also das, da ist dann einfach so 900 plus normal. Also das ist auch irre. Ich möchte da allgemein da sagen, Michi hätte, wäre im Overall, Dritter oder Zweiter sogar, das weiß ich nicht, geworden, 2015 bei der Europameisterschaft. Ja, das musst du dir mal vorstellen. Also manchmal spielt er die Zeit gegen dich, aber halt der Vorteil ist, die Leistung spielt für dich, Michi, und dein Trainings-Einsatz. Genau, und das ist es halt. Und deine Dedication, und das ist super bei dir. Ja, wirklich, also macht es hier bitte so weiter so. Da kommen nur Superkräfte, Intelligent Strengths und, ich muss mir jetzt selber auch sagen, Bordklub und Freistaat, Reutigkeit dazu, jeden von euch sagen, ihr macht so eine Spitzenarbeit. Und ich glaube, das ist deswegen, weil das ist primär wegen einem respektvollen Umgang. Das klingt jetzt deppert, weil alles andere, weil die Trainingsparameter und Variablen sind überall gleich. Aber es ist ein respektvoller Umgang mit der Leistung, mit den Athleten, und zwar egal, welche Leistungsklasse der Athlet ist. Vorarlberg, Kennelbacher, der große Team jetzt wieder. Kennelbacher, sehr gut, ja. Genau, da ist es das Gleiche, schon immer. Die machen das schon immer so, ja. Da zählt der Athlet, weil er Athlet ist und nicht, weil er, ob er 8, 10 macht, 7, 2 oder irgendeine 2, die keine Sau interessiert, ja. Und das ist es um und auf, ja, das macht die Athleten groß. Eine Sekunde, wenn ich mir noch anmerke, nein, natürlich, Autofitnessfreist hat alles gewonnen. Vincent Helmreich ist Landesmeister geworden in Oberösterreich und Gab Barbara, ebenfalls für Autofitness, ist Landesmeisterin geworden, ja. Filippovic, Filippo war auch extrem stark in Wien wieder, hat sein Comeback eigentlich jetzt wieder gefeiert, nachdem er, irgendwann hat er mal geschrieben, 2018 oder 17, ich weiß nicht, 2018, glaube ich, hat er sechsmal gebeugt, das ganze Jahr. Eigentlich überall PRs. Ja, du gehst den Steuer ein bisschen ab, im Gym, du. Aber wir verstehen dich, das ist schon in Ordnung, du bist Coach bei Superkraft und natürlich hast du die Trainingsmöglichkeiten, aber, ja, zumindestens ist ein Bargel immer frei. Übrigens bin ich des Öfteren wieder darauf, übrigens bin ich des Öfteren wieder zusammengeschissen worden von Markus quasi, warum wir noch immer nicht bei ihm zu Besuch waren. Ah, ich habe gestern mit ihm telefoniert, ich habe versprochen, ich komme vorbei, wenn er einen Frontquotanis hat, aus Spaß, hat er gestern geschickt gekriegt, hat mir ein Foto geschickt, Markus Supernetz hat einen Frontquotanis um und ich weiß nicht, wie der da wieder rauskommt. Der hat nämlich ein Foto online gestellt, wo sie es oben hat und sie passt nicht rein. Nein, das kann schauen, was es ausschaut, wie so ein Riesenbär mit einem Babyrückzeug. Aber dann müssen wir, wir gehen mal hin. Vielleicht machen wir dort gerne einen Podcast mit ihr oder so. Das machen wir. Schauen wir uns nächste Woche, das ist vielleicht, oder wir nächste Woche auch reißen. Ja, vor der EM-Verlagzeitung. Ja, Markus, macht euch bereit, da brauchen wir euch zwei, gell? Ich möchte noch ganz kurz, weil das haben wir nicht erwähnt, glaube ich, und dann haben wir die Staatsmeisterschaft schon erwähnt, Bankdrücken. Haben wir nein, haben wir nicht. Ich sage es gleich einmal so, ich habe die ersten drei Damen und die ersten zwei Herren. Und was hast du? Bitte? Ich habe die erste Dame. Staatsmeisterin im Bett. Ich habe die erste Dame, richtig. Beim, auf jeden Fall. Das stimmt. Du hast das Trainer als Coach auf jeden Fall. Geiler Wettkampf. Gut organisiert. Für das ist es auch, dass, also, ewig viele Teilnehmer waren super durchgezogen. Ja, also Scheibenstecker, wirklich top. Die waren wirklich cool, oder? Ja, ja, die haben auch gezeigt. Hat wirklich gut gemacht unten. Und, ja, ich bin sehr, also, was soll man sagen? Du weißt, dass ich, dass mir das wurscht, was du gemacht hast, dann bin ich stolz, ja, dass... Du es verschrien hast vorher. Ja? Dass, nein, Nummer eins, dass die Martina Staatsmeisterin geworden ist. Vor allem natürlich auch. Mit einer super geilen Leistung, ja. Aber es war keine Überraschung für mich, ich habe es gewusst. Also, ich habe es... Ach, du hast noch. Ich habe es auch in Peter gesagt, der war es mir nicht ganz sicher, ja, weil er sind drei Wahnsinns-Ladies, ja. Also, das sind alle gleich. In dem Bereich ist es... In dem Bereich, schau, wenn du zu einem Wettkampf gehst als Coach und du weißt, alle ersten drei, du kannst ja nur aussuchen, oder nicht aussuchen, sondern... Alle von dir wird es. Alle von dir wieder vielmals Stadtmeisterin. Jetzt kommt davon, wer macht die Versuche, ja. Nichtsdestotrotz wusste ich es, ja, dass die Martina das macht, hat 95 gedrückt. Ich glaube, das sind 760 IPF-Points. Urführer für mich. Ja, ja, das ist eine Wahnsinns-Leistung. Zweite Wien-Räuter Bianca, zwei Millionen, 100 gescheitert, Bianca, ich weiß, du kannst das, ja. Du vertrittst Österreich und logisch weißt auch dich selber in Japan, da kannst du dann anreißen. Ein Shirt, allerdings. Mach mal ein 50. Ja, genau. Und das dritte, Cara Ines, ich habe 87,5 noch nie so gedruckt gesehen, das sind ja oben ein Auskommen fast. Eine Top-Leistung. Und bei den Herren mit 860 IPF-Points, glaube ich, 100 Punkte vor dem zweiten. Ein Frasl, Andreas, ein Legitärer Bankdruck in Österreich mit 170 Kilo. Der nächste, der seine Legende aufgebaut hat, nämlich der zweite, Graushofer Jürgen. In Jürgen coache ich jetzt auch schon relativ lang und der hat den All-Time-Rekord vom Baschi, vom Baschinegger mit 182,5 war der Rekord, mit 183 geschlagen quasi. Easy. 400 Pfund. Easy. Easy. Ja. Und ich kenne eben in Jürgen schon lange und wir waren schon zweimal international auch unterwegs und immer da so, ja, der Baschinegger war so ein Vorbild für ihn und hin und daher und das war so der absolute Traum, einmal den Rekord zu schlagen. Und jetzt hat er einen relativ leicht Druck da, mit Luft noch, da sind wir nur der Gaude halber auf 190 Kilo gegangen, weil das hätte er gern gehabt. Das ist ein Wahnsinn, ja. Aber die sind einfach Wahnsinn. Der Jürgen, der nächste, der uns in Japan vertritt. Ja. Der Andi übrigens auch, der Frasl-Andi. Frasl-Andi auch, genau. Und da schauen wir dann, also Frasl-Andi equippt aber und die Bianca und Jürgen Rau. Geil. Supergeil. Ja, aber das war es eigentlich mit dem Rückblick. Genau. Wir finden einfach sehr gut, was uns extrem gefällt, sind wie Athleten mit Coaches umgehen und vor allem Athleten untereinander und Coaches untereinander. Da merkt man, und das muss bei uns im Sport immer so bleiben, weil wenn das einmal nicht so ist, dann weiß ich nicht, was passiert ist, dass jeder vom anderen einfach einen Respekt hat und uns vom anderen lernen will. Das kennen wir alle. Genau, völlig richtig, auf jeden Fall. Ja, so, nichts ist schlimmer als zu glauben, man ist besser als ein anderer, weil dann ist man es auf keinen Fall. Und was extrem arg ist, oder extrem arg, was cool ist, ist, dass Österreich sich mittlerweile sowohl des Athleten als auch im Coaching internationalen Namen macht. Ja. Alle die, es gibt mittlerweile ein paar in Österreich, also eine Handvoll, die vom Powerlifting-Coaching leben oder vom Powerlifting-Sport leben. und wir haben alle Athleten international mittlerweile, und zwar von Schweiz, Deutschland, Libanon. Iran. Iran. Wahnsinn, ja, das ist eh geil. Ich habe Athleten gehabt in Amerika, also Österreich ist wieder, Österreich ist zurück im Powerlifting. Absolut, ja, bald werden wir das Habsburger 2 am Powerlifting mehr oder weniger erstellen. Aber sowas funktioniert nur, wenn man nicht deppert ist und sich Kontakte und gute Kontakte aufbaut. Ja, und es geht nur kurz zu sagen, wenn man kein Arschloch ist. Ja, genau. Ja, der Downfall beginnt damit, dass man sich dafür entscheidet, ein Arschloch zu sein. Ja. Es ist eigentlich relativ easy. Ja, es ist aber wirklich so. Wenn jetzt jemand fragt, wann ist man ein Arschloch, ist es wahrscheinlich schon. Ja, ich habe, und wir haben letztens auch schon darüber her, wir haben letztens auch darüber geplaudert, und ich habe auch keine Zeit und keine Lust mehr, mich in meiner Freizeit oder mich in meiner beruflichen Zeit mit Leuten zu beschäftigen, Entschuldigung, die negative Gedanken haben und negative Gedanken vertreiben. Und es gibt kein Ich und Du oder sonst irgendwas, oder das sind die und das sind mir, dafür ist der Sport nicht groß genug. Und dafür ist meine Zeit nicht ausreichend und deine noch viel weniger. Ja, so schaut es aus. Das ist das beste Schlusswort, was man in Bezug auf diese Meisterschaften sagen kann. Man hat gesehen, ob es ankommt. Und das führt uns zu den Fragen, zumindest wenn wir eine oder zwei jetzt noch machen, unserer Treuenhörer und Seher. Also bitte nicht böse sein, wenn wir es heute noch nicht gleich, ich habe heute noch nicht gleich beantwortet, ich habe alle notiert, die kommen dann spätestens. Wir werden, hauen wir uns die mit Unterschnitt, Kleine. Genau, hauen wir die rein, weil die, ja, weil die kam auch über YouTube, also total super, gern über YouTube Fragen unten stellen, nicht böse sein, wenn ich die nicht gleich auf YouTube beantworte, sondern wir beantworten die dann gleich im Zuge des Videos, ist einfach für uns auch einfacher. Und da sitzen wir dann zusammen und reden gemeinsam drüber. Geiler. Eine Frage bezüglich der Folge, wo wir über Fersenkeil beim Kniebeugen bzw. Fersenkeil bei Schuhen beim Kniebeugen gesprochen haben, war die Frage, ob der Keil nicht den Unterschenkel verlängert und sich somit positiv auf das Längernverhältnis zwischen Ober- und Unterschenkel auswirkt. Also nur ganz kurz, wenn ich in Relation zum Oberschenkel einen langen Unterschenkel habe oder einen langen Oberkörper, dann ist der Lastarm auf entweder Knie, Hüfte oder beide Gelenke kürzer und somit bin ich mit der gleichen Muskelauße, mit der gleichen Kraft stärker. Das wäre quasi ein Vorteil. Richtig. Ein langer Unterschenkel, langer Oberkörper und kurzer Oberschenkel, das ist natürlich in Relation gesetzt, ist günstiger als ein langer Oberschenkel, kurzer Unterschenkel oder kurzer Oberkörper. Ist zum Beispiel auch, also wir haben das letzte Mal da dann die Martina als Beispiel glaube ich auch aufgeführt. Ja, genau. Oder beziehungsweise habe ich bei meinen Seminaren, wenn ich Seminare gebe, habe ich oft die Martina als Beispiel bei der Kniebeuge. Gleiches Beispiel, witzigerweise nämlich auch eine neue Juniorenathletin vom Team Superkraft, Keiko Maeda, glaube ich, also ein japanischer Name auf jeden Fall, die halt nicht mit der allergrößten Körpergröße gesegnet ist. Und wenn man sie sieht, das erste Mal Quadriceps, Gluteos, Beugemonster, wenn sie beugt, siehst du genauso schlecht das Verhältnis eigentlich fast wie die Martina. Muss komplett As-to-Grace beugen, Oberschenkelrückseite berührt die Wade, damit sie unterparallel ist. Ja, sonst geht das nicht. Und jetzt kommst du zu der Frage, verändert das, wird das nicht verändert durch den Fersenkeil, weil dann ist ja der Unterschenkel quasi optisch länger und die andere, die kurze ist, nicht direkt, weil die Verlängerung des Unterschenkels müsste oberhalb des Fußgelenks stattfinden. Das geht natürlich mit einem Fersenkeil nicht, außer ich hau es mit einem Vorschlaghammer ins Wall rein und dann bin ich ein wenig länger, aber sonst geht das nicht, weil sonst ist es wie wenn ich auf Plateauschuhen stehe und ich höre, das ist ganz egal, das ändert nichts an irgendwelchen Längerverhältnissen. Was der Fersenkeil aber sehr wohl tut, ist, er entfernt die Beweglichkeitsanforderung an Sprung- oder Hüftgelenk oder beide Gelenke, das bedeutet... In unserem Fall im Beide, ja, ich kann nicht aufrechter bleiben, kann mein Knie oder meinen Ballen, indirekt kann es auch das Hüftgelenk in der Beweglichkeit günstig beeinflussen. Das heißt, wenn ich einen kurzen Unterschenkel habe und somit das Knie relativ weit viel regieren muss oder ich muss mich weiter vorne ein oder was auch immer, dann ist ein Fersenkeil sinnvoll, wenn ich die Beweglichkeit im Sprunggelenk nicht habe. Nimmts ihn auf. Jetzt nehmen wir, ne? Nein, ist egal, du kommst über mich dann rein. Sicher? Hat das du ausgelärt gerade? Offenbar. Du willst ja mal Rekord drucken. Nein, nein, habe ich ja gerade. Achso, ich komme über dich. Genau. Achso. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich... Ach ja, aber ich habe es nicht fertig erklärt gehabt. Also ganz kurz, der Fersenkeil verlängert den Unterschenkel nicht, weil die Verlängerung müsste oberhalb des Fußgelenks stattfinden, unterhalb des Kniegelenks, aber er entfernt die zusätzlich aufkommende Beweglichkeitsanforderung ans Sprunggelenk. Und somit kann ein Fersenkeil für Leute mit kurzen Unterschenkeln die Beweglichkeit rausnehmen aus der Gleichung, aber nicht die ungünstigen Hebeverhältnisse. Kann das so für dich das Video jetzt sehen? Ja. Ich hoffe, das ist verständlich erklärt worden. Ist das appropriate? Ja, absolut appropriate, ja. Okay, super. Dann war das vielleicht das Zeichen, dass unser Mikrofon oder das Aufnahmegerät gesagt hat, es ist genug für heute. Es ist genug für heute, das ist echt ziemlich genau eine Dreiviertelstunde gewesen. Und wir werden die nächsten Fragen, die schon jetzt gestellt worden sind, beim nächsten Podcast. Genau, wir werden uns einfach beim nächsten Podcast dann ein bisschen mehr Zeit nehmen. Da gibt es eh nicht so viel, wobei da ist die Europameisterschaft wahrscheinlich dazwischen oder wir treffen uns nächste Woche gleich. Wir treffen uns nächste Woche zu verkauft, wirklich. Ja. Aber das ist dann eh wieder eine Sonderfolge quasi. Aber da werden wir dann ein bisschen mehr auf die Fragen eingehen, unter anderem nämlich auch auf dieses Hypen, Overhypen oder psychische Belastung beim Wettkampf, was wir heute nicht mehr wirklich geschafft haben, beziehungsweise haben wir auch noch eine Frage zum Gürteloffen. Noch niemals ist nicht so viel gehypt worden, wie bei der Niedersachsen-Universität. Ja genau, aber man hat, also kurze Antwort, man hat dann gesehen, es ist oft kontraproduktiv. Ich muss auch noch die Anekdoten vom Ande erzählen, was ich mitgekriegt habe, was das Publikum nicht mitgekriegt hat. Ja, ich kann da eins noch als Abschluss dazu sagen, weil mich hört man eh gut. Ich war mir nicht sicher, ich war Hauptkampfrichter und als Hauptkampfrichter ist man natürlich sehr zentral vor dem Athleten. Ich war mir nicht sicher, wie der Ande mit der Stange rausgeht beim Kniebeugen, sagt er, komm schon, beigt das jetzt, du Arschloch? Oder sagt, komm, gib mir schon das Startsignal, du Arschloch, oder mich sonst irgendwie beschimpft hat. Hat er dich geschimpft? Auf der Straße auf dem Ort, weil ich ihn gesucht habe, wo er an einem Eisengitter gestanden ist, und so dagegen gehauen hat, alleinig auf der Straße, wenn da Leute gehen, ja. Ein Irrer. Die haben vielleicht sehr so eine Polizei. Mit diesen Worten, bis zum nächsten Mal. Danke, bitte weiterfragen stehen. Ciao. Ciao.